Jasmin, erklär mir! Okay, Jasmin, pass auf! Es gibt fünf Sinne. Erster Sinn Sehen Zweiter Sinn Hören Dritter Sinn Riechen Vierter Sinn Schmecken Fünfter Sinn Tasten Hä? Jasmin! Ich kann ja gar nichts mehr sehen! Ich taste mit den Fingern und mit den Händen. Ich berühre eine Sache. Ich taste eine Sache an. Ich taste eine Sache an. Was war das? Die Würde ist antastbar. Jasmin kann die Würde antasten. Un 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 heißt nicht Nicht Unbar heißt nicht möglich Ich kann nicht Ich kann nicht Unantastbar 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 Das Geschirr ist im Karton Jasmin kann das Geschirr nicht antasten Das Geschirr Das Geschirr ist durch den Karton die Verpackung geschützt. Das Verb heißt Schützen Jasmin Wann nimmst du mir endlich die Augenbinde ab? Warte Wir sind gleich fertig Oh oh Ich packe die Würde besser in das Grundgesetz Da ist die Würde sicher Unantastbar Unantastbar Die Würde ist in der Verfassung, im Grundgesetz Die Würde ist durch die Verfassung, das Grundgesetz geschützt. Das Verb heißt schützen Jasmin Ich will wieder etwas sehen Ich will wieder etwas sehen Ach ja, warte Alles klar Jasmin? Aha Ich will wieder etwas sehen 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 Ich will wieder etwas sehen